nur ist willkommen die sturm schere wir haben gesagt hat schon mal ein bisschen gespielt ja kann mich daran erinnern ist zwar schon eine weile her aber es geht da ist er hier diese komische wir müssen ihn auch töten ja sieht irgendwie komisch aus der vieh ich mach dich erst mal hier verhitten deine kurische frau aus dem container werden wir mal danach machen ja versteht energie noch mal energie so das war das gewesen so jetzt kommt die frau aus dem container so mehr denn wenn der blick hier schießt 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 und dort ist er oder sie schießt hey du bist ja da komm an bord wir müssen reden sprich mit mir ich brauche erstmal etwas energie so weiter geht's mit diesem kurche und die thymia so sieht das gut aus so soll es sein so soll es sein ich öffne hier ein teil nach dem anderen ich bin es ja neben oben äh mein flächenskill ist gerade nicht verfügbar so ein Mist aber auch schießt 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 nein alles tot flupp flupp und wieder alles öffnen so energie auch wieder und jetzt hier hinten weiter hallo ich komm nicht weiter weil ich komm nicht weiter warum nicht achso ich muss da oben erstmal weiter ah ich verstehe ich muss gar nicht weiter ok ok ein paar killen hier oben mit Hilfe der anderen Kollegen ach da hinten ist Simon schon wenn ich so aufs Schiff kommen hat er gesagt haha ich bin ne Freundin bitte hier hält steht sein Wort aber ich weiß nicht was schön ist Aber wie gerne mhhh ist kein Thema ich gerade sehe alle Ach Mensch, kannst du jetzt ablegen. Ja, natürlich. Ich werde sie abziehen und... Oh, warte. Da ist ein Niyad auf dem Pferd. Sie sieht wie ein körperlicher Mage. Ich bin Angst, dass sie das Schiff attacken. Es ist ein 5-Minuten-Job. Für dich, ich meine. 5 Minuten, na gut. Ja, wie in guten alten Zeiten. Gut, jetzt kann ich also runtergehen und mit der Dame catchen. Ah, da sind ja hier meine ganzen Befreiten. Sehr gut. Jetzt komme ich endlich durch. Na, ist denn niemand schön. Hat das schon gewesen? Kann ich mir nicht vorstellen, oder? Ich nehme den Stab der Herrlichkeit. Oh, der Stab ist gut. Der fällt mal. Puff, puff. Der Stab der Zweisamkeit. Komm her, du. Madam. Madam in pink hier. Okay, mach dich alle. Oh, wenn ich probiere mich hier, wo ich sausen habe, wie immer. Komm herz. Da ist ein herz. Das ist gut. Okay. 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 Hey, dann pass ich gar keine hier rum, hier ist ja ne Bauna. So, du bist mal tot. Schieß und rums. Drücken wir auf den Verkehrten. Wie immer. Ist ja nicht schön das erste Mal, oder? Wenn ich gar nicht mehr hab's vorbei. Wieder so gehen da. Geh da. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Wumsti wumsti immer, oder? Nein. Ja, ich hab das noch mal in einen grüßen Lander hier dabei gemacht, oder? Einfach auch nur hier, wo kommen hier vorher noch vom Freitesten, oder? Dann denk hier wieder den Wehneumel und den Wehneumel und dann einfach hier und eben hier. Wumsti bummsti. Mal ein wenig Energie. Amt das Haus nicht genug, weil ich denn hier diese Tumpe. Ich bin gleich von R1, weil ich jetzt lange noch bin, aber... Vielen Dank. Na, bitteschön. Ungewöhnliches Markt des Glaubens. Da fliegt er. Tschüss. Und jetzt bist du natürlich hier, hm? Die Priesterin, klar. Ja, wie kalt er mein Wort. Sie möchte dich sehen. Aber erst soll ich sie treffen, jetzt soll ich dir noch einen Feind geben. Warte, nur wieder. Ja, genau. Ich bin froh, dass mein Freund Kayana in großen Trouble ist. Mhm. Gut. Ich will jetzt sagen, sie fuhr mit der Templergruppe zum Kloster. Jetzt sind wir in der Insel. Ich kann es ja erinnern, dass sie eingeschlossen ist. Sie muss den Kontakt zu Thais aufnehmen. Quest abgeschlossen. Also ich drücke erst mal F für die Belohnung, wa? Sehr schön. Wunderbar. Ich akzeptiere. Quest complete. Compiling status report. Ah, vorhin geht ein Gebote. Dankeschön. Gut. Das heißt, als nächstes haben wir hier begibt sich ins Kloster Ardos. Deswegen muss ich noch die Belohnung annehmen. Öffne die Kampagne und finde die letzte befreite Region. Meinen die jetzt hier, oder? Ah, hier ist Kloster Ardos, ja. Das wissen wir soweit. Gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020